Statt Samu Haber, ist ein neuer The Voice of Germany Koch? Endlich wurde ein Ersatz gefunden! Vor wenigen Wochen gab Samu Haber, 42, bekannt, dass er vorerst dem The Voice of Germany Butzer den Rücken kehrt. In einem emotionalen Post auf seinem Sozial-Media-Kanal erklärte der sympathische Finne seinen Fans den Rückzug. Doch nun erhält sein leerer, roter Sessel einen Nachfolger, neuer Juror und Koch bei der erfolgreichen Castings-Hu soll Michael-Patrick Killü, 40, werden. Wie die Bild nun mitteilte, soll sich das drittjüngste Mitglied der Killü-Familie nun zur The Voice of Germany-Familie dazu gesellt haben. Bereits in zwei Wochen gehe es mit den Dreharbeiten zu der achten Staffel des Erfolgsformates los. Paddy soll nach Informationen der Zeitung einige Konzerte seiner aktuellen Solotour verlegt haben, um für das Gesangsformat frei zu sein. Mit diesem neuen TV-Engagement würde der irisch-amerikanische Sänger in die ziemlich großen Fußstapfen von treten. In vier Staffeln verzauberte nämlich sein Vorreiter mit seinem finnischen Charme das Publikum und mischte ordentlich seine Jury-Kollegen auf. Würdet ihr euch freuen, wenn Paddy in der kommenden Vogue-Staffel ersetzt? Stimmt in der Umfrage ab!